Hallo und damit herzlich willkommen zu meinem neuen Ratgeber. Heute geht es um das Kinderbett Akma 2. Wenn du noch nicht genau weißt, ob dieser Schlafplatz für deinen Nachwuchs die richtige Wahl ist oder nicht, dann möchte ich dir mit diesem Ratgeber sehr gerne noch ein paar Tipps mit auf den Weg geben um dir deine Kaufentscheidung bestenfalls noch zu vereinfachen. Außerdem werde ich dir auch das Amazon-Angebot zum Kinderbett unten in der Videobeschreibung verlinken, damit du überhaupt weißt, wovon ich hier rede. Grundsätzlich ist natürlich die Sicherheit und der Komfort am wichtigsten, was die Auswahl vom Bett für deinen Nachwuchs anbetrifft. In meinen Augen kann dieses Bett in diesen Punkten in der Tat überzeugen. Platzmäßig ist es gut aufgestellt, aber hier muss natürlich jeder auf die physischen Gegebenheiten seines Kindes schauen, denn hier gibt es ohne Frage immer viele Unterschiede. Auch das Design ist für ein Kinderbett ein sehr wichtiger Faktor, denn das Bett muss einfach ein Rückzugsort im Kinderzimmer sein, in dem es sich wohl fühlt und deswegen sollte es auch farblich zum Rest des Zimmers gut passen. Dann ist die Wohlfühl-Atmosphäre im Kinderzimmer natürlich sichergestellt. Die Optik des Kinderbettes ist immer Geschmackssache und vieles hängt hier vom Geschmack deines Kindes, aber auch von den Gegebenheiten deines Zimmers ab, deswegen kann ich das nicht objektiv bewerten. Ich finde, das Bett sieht ganz schön aus, aber hier muss einfach jeder selber schauen, welches Bett am besten in das Zimmer des Nachwuchses passt. Es gibt ja genügend zur Auswahl. Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist auch noch ein Punkt, den man bezüglich dieses Kinderbettes thematisieren kann. Ich finde den Preis fair, weder besonders teuer noch besonders billig. Auch das ist wieder eine Geschmackssache. Hier hat jedes Elternpaar ein unterschiedliches Kapital zur Verfügung. Grundsätzlich würde ich keinem empfehlen, beim Kinderbett zu sparen, denn es ist Erwachsene-Kenntnis vor allem, dass schlechter Schlaf sich sehr negativ auf die Gesundheit auswirkt und das ist bei Kindern genauso. Deswegen sollte man hier nicht am falschen Ende sparen und auch ein schönes und hochwertiges Kinderbett, wie zum Beispiel dieses hier, anschaffen. Das Amazon-Angebot zum Kinderbett werde ich dir unten in der Videobeschreibung verlinken. Auf der Angebotsseite von Amazon kannst du dir sämtliche Produkteigenschaften noch einmal in Ruhe und Frieden anschauen. Außerdem wartet dort auch schon die eine oder andere Kundenrezension auf dich. Ich bedanke mich für deine Aufmerksamkeit und wünsche dir und deiner gesamten Familie einen wundervollen Tag. Alles Gute, ciao!